Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe Let's Play Dreadnought und ihr seht heute mal ein hoffentlich anderes Schiff. Selektes Schiff. Ja und zwar will ich hier den Artillery Cruiser mal spielen. Von dem wurde ich ja in der letzten Ausgabe ganz gut eigentlich weggemacht und da dachte ich mir ja sowas will ich auch. Das heißt Ready Up. Den werden wir jetzt heute mal anschauen. Der ist dann eher was Weicheres, Leichteres, ist schneller, aber dafür da leichter wegzumachen. Ich bin selber jetzt schon sehr gespannt wie die Runde so laufen wird. Ich bin natürlich vom Rang naturgemäß noch einer der Lowesten, aber nichtsdestotrotz ich werde mein möglichstes tun. Ich kann mich hier auch mal Tarnung. Das ist im Stand sehr gut. In der Bewegung sieht man mich aber trotzdem. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, aber ich finde das ja gerade ganz geil. So und jetzt alles mal raushauen, was so geht. Ich halte mich mal zurück anfangs, weil ich habe ja nicht so viele Hitpoints. Oh. Gegenmaßnahmen. Weil die Missiles, die will ich nicht abbekommen. Das sind aber ganz schön viele nur. Und jetzt seht ihr mal, was man dann Schaden machen kann. Wow. Weg ist. Also, Damage macht das Ding aber sowas von unglaublich. Ja, wenn man so ein bisschen mal so ein Mini-Gefühl für das Spiel bekommt, ist es hammer cool. Okay. 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 So, let's come hier rum. Komm rum. und jetzt raus mit dem es ist sehr schön dann steigen wir ein bisschen mal in der Höhe und auch hier, boah das Ding macht so einen brachialen Schaden Final Blow, da ist er raus die Runde läuft bisher super und jetzt hier immer schön drauf auf den so den Assist auch noch bekommen aber der muss weg der Sound ist Hammer so, hier sind die da gut sichtbar für die Gegner oh Gott, ich hab keine mehr Ding mehr okay, scheinbar ist der Globe nicht für Raketen gedacht oieieieiei ich muss jetzt mich hier aufladen und ich hab wieder Hit Points und reloading die 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 und jetzt wir sehen schön ein zusammenspiel des teams auch und da lässt er sich jetzt schön niederschießen die spielen eben jeder für sich und da ist der fehler den die jungs jetzt hier machen wir fahren in uns mal wieder und ich hoffe weil wir sind ja auch so unter so ein fahrungs ding ich hier gleich wieder was aufbekommen aber sieht nicht so aus jetzt kann man da aufgehen aber sowas von ordentlich durch laden nach die schüsse wenn sie raus prassen das ist super wer ist geiler sound ja Läuft einfach. Läuft. Der hat auch keine Chance. Auch der ist weg. Und wir sind fast uneinholbar vorne. Da muss ich ein Goodjob-Team einfach mal schreiben. Sechs Kills, null Deaths. Da verkaufe ich mich aber ganz schön teuer. Läuft. 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 Aye Captain, aktiviert. Disengage Siege Mode. Strusters re-activiert. Reloading, reloading. Aber ich bin hier auch wirklich gut in meinem Hintergrund. Und das ist der Sieg. Der war ja überragend gut. Geiles Schiff, du. Alter Verwalter. Geile Runde. Also ja, da kommt Spaß bei rum. 100 zu 50. Da hat man einfach gesehen, auch das Team, wenn gut zusammenbleibt, dann funktioniert das halt auch. Und deswegen gut Reputation, gut Flea Points und der zweite Rang. Und hier auch dann dementsprechend was Neues zum Erforschen. Sehr geile Runde. Ja, das war's für diese Ausgabe. Dreadnought. Also ich glaube, daraus, da werde ich noch einiges basteln können. Und eine Kill Deathrashie von 7 zu 0. Das ist doch sensationell. Also bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Ich glaube, daraus, da war's für diese Ausgabe.